Musik 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 Wir haben übrigens eine ganz wichtige Alternative herausgebracht. Der Wiese sagt ja, wir wohnen alle Katheter, das kann ich sowieso nicht. Aber wir haben noch eine Alternative. Es ist vorgesehen, dass wir drehen. Und dann haben wir noch eine Alternative. Wir nennen den Lindenhof. Wir haben ja früher einen Hallenpark und einen Eispark. Dann haben wir den Mundkabel, das Hallenpark leiden zu können. Dann haben wir den Messerraum, den Kraftraum, so wie dort drin. Ich weiss nicht, dass wir uns solche Sachen fliegen können. Wer ist der? Carina. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Aha. Ja. Aber ich muss das schon mit mir machen. Bist du dir das transportieren? Herr Kapitel. Baute. Entschuldigung. 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 Ah, sehr wohl gesendigt. Wer hat das gedacht? Einfach in einem Rotenstock an einem großen Topf. Das ist von Peter. Er war ganz winzig, nicht viel größer. Aber wer stand mit dem? Den hat Peter Mür zum Muttertag. Und er ist so ungefähr 7. Und jetzt hatte ich ihn da in den großen Topf. Schön, nein? Ja, überhaupt nicht. So, ordentlich. Du musst nicht mailen. Jetzt tun ich das so laut. Aber... Man, aufhär. Das ist sehr kürzisch, wenn wir ihn den Film zeigen. Ach! Ja, jetzt ist es ja da. Ja. Ja, jetzt ist es ja da. Reif sammeln. Das ist drauf zu. Ja. Aber ich muss nicht. Oder abzunehmen. Ja, okay. Ja. Ich muss jetzt schauen, vielleicht mal ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Ja, nur noch eine. Ja, der Waldberg fest. Nein, nein. Ja, ja. Nicht über die Leitlinie. Schneide. Ja. 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 Ich spreche. Ich schrie mir. Na. Ich schrie mir noch. Noch ein bisschen lang. Grüezi. Hey, du hast einen jahrelang an der Anstelle, wenn ich dich nicht mehr anstelle. Ich zählst du auch schon. Nein, nein, nein. Sie wollen es gerne haben. Morgen um 6 Uhr ist Badkonzert da, oder? Sonst heisst sie... Morgen um 6 Uhr ist Badkonzert da, oder? Wo bin ich? Wer bin ich da? Nein, sind Sie wahrscheinlich drin, dass Sie einen schönen Blick haben? Ja, wir lagen dann schräg an, so. Sie sind hier! Ah, ich bin jetzt hier. Sie sind hier. Nein, jetzt weiss ich nicht. Ja. Sie sprachen, wir müssen jetzt gleich ein bisschen reinnehmen. Das ist ein Opfer da. Walter? Wenn die Roten nicht noch Alzen muss. Aber er ist jetzt ein Traum. Ja, ich probiere noch eins. Auch schon drinnen. Ah ja, da kann man sie gerade dazu. Hey! Hoch soll er leben. Ein Prosi! Ein Prosi! Ein Prosi! Der Gemütlichkeit! Ich bin ein Prosi! Ja, ja, ja! Komm, ich nehme den Garten. Ja, ich habe ihn. Und habe ich auch gerade trinken. Das ist Kaffee. Ja, nein, nein. Jetzt wird es ernst, wie wir vor den Scheiß in Schabli kommen. Ja, das ist gut. Die kommt gerade in die Kaffee. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Schau, noch eins, Armin. Mit einem Malchen, ja. Und alles in mir. Und ich weiss ja, ich bin ein bisschen vor. Jetzt ist sie von mir gegründet. Ist die Pfeffung kalt? Jesus Gott. Also, da und da. Guten Morgen miteinander. Hallo Ernst. Ja, du bist so klein. Danke für die Pfeffung. Ja, ich habe es. Danke für die Herzen. Guten Morgen. Ja. Hättest du ihnen noch solle Liebe gegeben? Ja. 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 Ja, vom Bauernst. Wunderbar. Ja. 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 Ja, ja. Ah, das ist schon gut. Probier jetzt noch einmal hier. Ohne, bitte Luft. Ja, du kannst probieren, weil du es einfach gut anstattest. Da ist Luft raus. Das ist schon gut. Aber du siehst ja nicht. Sonst soll es schon etwas ausgehen. Dann stehe ich auf der Sorge. Weisst du jetzt noch, wo es ist? Ja. Du siehst einfach so kleine Sachen. Oh. Alles. Dann tust du etwas drauf und dann nachher nach. Das habe ich nicht das genau gemacht. Das geht ja nicht. Ja, so lehnt es. Das muss nicht ganz draußen sein. Wie soll es sein? Das ist das Problem. Das ist eigentlich immer eine Größe. Was machst du? Das ist doch ein bisschen Steinluft. Er weiss einfach, dass du es schon so beziehst, während du den Steinluft tust. Ich muss nicht. Was ist denn das denn hier für eine Luft drauf? Ich muss nicht raus. Das ist die Möre. Das musst du doch auch so machen, schliesslich die Flache. Ja, das ist gemacht. Das ist ja gemacht heute. Ja. Ähm. Oh nein, ja. Das ist niemand. Das darfst du nicht sagen. Was? Der Opa tut es filmen. Nein. Nein. Bist du nicht der Opa denn im Schild? Nein, du warst mit dem Doktor. Ah, du warst mit dem Doktor. Ah, du warst mit dem Doktor. Aber der Papi hat es ja gehabt. Wir haben jetzt... Ah, du bist zufrieden. Wir haben ja gearbeitet. Wir sind nicht so beugt. Und die Touristen mussten gut zueinander. Es ist so. Wir haben... Jetzt können Sie kurz sehen. Wir haben mit... Anderweg... Seit... Seit dem Frühling... Ähm... Kontakt aufgenommen. Es soll abmessen. Wir reden. Elektroheizung. Jedes Mal telefonieren wir. Jedes Mal telefonieren wir. Jedes Mal telefonieren wir. Ja, er ist die Kanne. Jedes Mal. Es sind jetzt vier Monate. Und es ist überhaupt noch kein Kost davon. Hast du noch ein Schweigen? Ja. Ja, gell. Dann habe ich auch kein Verkauf mehr, dass das gut kommt. Einer hat gesagt, ähm... Ich glaube direkt. Ich schreibe jetzt unsicher. Ich habe so viele Landwirke. Er hat gesagt, ähm... dass du verwandt liegst mit einem Schweigenwald. Und dann hat er gesagt, dass ich jetzt gerade bei denen war. Ja, er ist wie... Er hat die Lampen aufgeschossen. Bist du der Rektor? Ja. Er hat gerne, wenn auch wir, wo wir in die Ferse gehen wollen. Für die kleinen Katetten. Dann musst du einen Projekter haben. Lampen, es ist ... es ist, es ist, es ist ... eine Flüre mit Gemüsen. Aber mal krass jetzt. Wir sind auch ... Das würde ich gerne mit. Ja, das ist ... Ah, das ist auch ... Herr Wanns ist auch ... Er ist auch zu gemütlich da. Ja, genau. Ich habe diese ... Ja, ich habe diese Höhne ... Ja? Sie ist gemütlich. Komisch, ja? Schon ein bisschen ... Nein, es ist schon ... Herr Wanns ist bei der Brücke. Wenn Sie wieder nach dem ... Nein, ich habe es sehr gerne gelJa, Ja, das ist ein Dekker. Ja, irgendwie bin ich Dekker nicht. Ja, ich habe es gut gelassen, dass er das gekauft hat. Ja.